Hallo und herzlich willkommen. In dem heutigen Video möchte ich euch gerne zeigen, wie man einen sehr einfachen Kuchen im Glas macht, der total Anfänger geeignet ist. Also wenn jemand neu ist, auf diesem Bereich Kuchen haltbar zu machen, ist dieses Video besonders gut für ihn. Und Wie ihr es ja schon gewöhnt seid von mir, gibt es am Anfang natürlich erstmal eine Geschichte. Und zwar beginnt diese Geschichte wieder mal in einem unserer legendären Marketing Meetings. Und zwar, wir haben ja alle zwei Wochen müssen wir ein bisschen was ändern auf der Homepage und wir müssen ein Newsletter ausschicken. Und ein Teil dieses Newsletters ist immer irgendetwas Nettes aus unserem Sortiment zu zeigen. Und der Vorschlag, der dann kam, der kam schon ganz häufig, denn es gibt einen Artikel, den lieben unsere Kunden, aber besonders unsere Mitarbeiter immer wieder. Und zwar ist das dieses neue Glas von WEG. So neu ist es jetzt inzwischen nicht mehr, aber wenn man mal bedenkt, dass WEG über viele, viele Jahre nie neue Gläser rausgebracht hat, dann ist es umso schöner, dass es jetzt andere gibt. Sie haben in den letzten Jahren recht viele neue Formen rausgebracht, aber eines der letzten, beziehungsweise das große war glaube ich das letzte, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, war dieses tolle Kuchen im Glas Glas. Das ist nämlich eine richtige Kugelhopform und dann haben sie später, ich weiß jetzt nicht ob die größere oder die kleine Variante, auch noch ein zweites dazu rausgebracht. Und unsere Mitarbeiter lieben dieses Glas. Das heißt also, als das Thema kam, was wollen wir denn jetzt mal zeigen, kam wieder mal, Mensch, sollten wir nicht mal dieses tolle Glas zeigen? Ich zeige es euch jetzt. Es ist wirklich ein wunderschönes Glas und eine tolle Idee. So und damit ich nicht nur ein Glas zeige, sondern das auch einen kleinen Mehrwert hat, habe ich mir überlegt, es gibt ja viele Leute, die gerade erst anfangen mit dem Einkochen und Kuchen im Glas ist etwas, was viele Leute interessiert. Allerdings ist das nicht immer so ganz einfach. Man sagt ja, man kann jeden Kuchen im Glas einkochen, das stimmt auch. Aber gerade bei Rührkuchen ist es doch manchmal so, dass dann plötzlich, man füllt es bis knapp über die Hälfte ein und plötzlich im Ofen quillt es dann schon aus dem Glas raus und dann fragt man sich, wie man das wieder in Ordnung bringen soll. Und für dieses Video habe ich mir überlegt, ein Rezept zu nehmen, das unheimlich Anfänger geeignet ist, weil dieser Kuchen nämlich richtig schön geregelt aufgeht und wenn man es richtig einfüllt, wirklich fast nie über das Glas hinausgeht. Warum sagst du eigentlich nicht, dass das Gugelhupfglas heißt? Ach so. Ja, dieses Glas ist nicht nur für Gugelhupf, es heißt auch Gugelhupfglas. Wobei mir jetzt gerade einfällt, ich weiß gar nicht, wie viele Milliliter das sind. Es heißt Gugelhupfglas 300... 360 Milliliter und Gugelhupfglas. Ich habe keine Brille auf, es ist echt schwierig für mich. Ich denke mal, das sind 150 um den Dreh, aber hier steht es leider nicht drauf. Das steht dann unten in der Beschreibung drin. 80 gibt es auch. Ne, das ist aber nicht 80, das ist ja viel mehr als 80. Ja, das gibt es auch. Gugelhupfglas 80? Ja, fast. Ach, haben wir gerade erst ins Sortiment gekriegt? Das gibt es noch in einer kleineren Form, das finde ich ganz super. Was ein Glück! Klaus hat es gerade im Sortiment aufgenommen. Das wusste ich gar nicht. Also es gibt sogar noch einen dritten im Bunde. Toll! Vielen Dank, dass du mich informiert hast. Kommen wir zum Rezept. Und zwar, wir haben hier, ich habe ihn natürlich schon gemacht, ich zeige euch dann, wie ich ihn gemacht habe, aber das ist der Kuchen. Ich habe von den großen Gläsern aus diesem Rezept 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gläser vollgekriegt und 5 kleine. Und wie man hier sehen kann, sind, guckt euch mal die Form des Kuchens an. Kann man das sehen? Ja, ich weiß nicht, was das ist. Ich möchte gerne, dass du ein bisschen dichter zeigst, wie das hier wirklich, der Kuchen ist gut gewachsen. Siehst du das? Noch dichter geht es nicht. Nein? Aber so geht es, ja? Okay, ich habe also die Mitte getroffen. Also auf jeden Fall, dieser Kuchen, der geht tatsächlich so auf, dass wir kaum ein Problem damit haben, dass die Ränder schmutzig werden und so weiter. Es sei denn, wir füllen falsch ein. So, ich werde jetzt einfach mal über das Rezept gehen. Wir brauchen dafür erst mal zum Ausstreuen der Formen etwas Butter und Semmelbrösel. Das ist ganz wichtig, weil der Gugelhupf, der wird ja tatsächlich aus der Form gestürzt. Wir werden nachher gucken, ob es wirklich gut funktioniert, damit er gut rauskommt. Und dann brauchen wir 200 Gramm Haselnüsse, 200 Gramm Puderzucker, 4 Eier, 200 Gramm Sahne, 200 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, ich benutze immer Weinstein, und eine Prise Salz. Und auch da nehme ich immer ein kleines bisschen mehr. Das Rezept findet ihr dann auch unten in der Beschreibung. Hier kommt wieder Regel Nummer 1 und ganz wichtig, wenn es um Kuchen im Glas geht, bevor wir den Ofen vorheizen, nehmen wir das Rost aus dem Ofen. Ganz wichtig, denn niemals, niemals dürfen normale Gläser auf ein heißes Rost gestellt werden oder ein heißes Blech. Also, Rost aus dem Ofen und dann heizen wir den Ofen auf 180 Grad vor. Bevor wir den Teig zubereiten, müssen wir als erstes mal die Gläser präparieren. Das ist natürlich deshalb wichtig, weil wenn der Teig fertig ist, dann reagiert schon das Backpulver da drin. Das heißt, das wollen wir nicht. Wir müssen alles fertig haben, damit wir den Teig einfüllen können, wenn der Teig fertig ist. Das heißt, als erstes, wir fetten die Gläser aus mit Butter. Man könnte auch Margarine nehmen, aber Butter schmeckt besser. Und dann streut man das mit Paniermehl aus. Da hat jeder so seine eigene Technik. Ich mache das immer so, ich mache einfach einen ordentlichen Löffel in die Mitte des Glases und dann drehe ich das so ein bisschen aus dem Handgelenk, damit das Kleben bleibt an der Butter und schütte den Rest wieder zurück ins Glas. Als erstes müssen wir den Puderzucker und die Eier verrühren. Ich mache es natürlich wieder mit meinem Thermomix, aber das kann man auch ganz normal mit dem Rührgerät machen und wahrscheinlich sogar mit dem Schneebesen. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das geht. Das wird so lange verrührt, bis es gut vermischt ist. Als nächstes tun wir hinein die Haselnüsse, die Sahne, das Mehl, das Backpulver und das Salz. Und auch das wird dann erstmal ordentlich verrührt. Wenn der Teig fertig ist, fülle ich den Teig übrigens, das habe ich jetzt hier nicht gezeigt, ich fülle den Teig meistens in einen Messbecher oder irgendetwas, womit man leicht gießen kann. Dieser Teig ist relativ flüssig und durch das Gießen verhindert man, dass die Ränder schmutzig werden. Der Thermomix gießt, was das betrifft, nicht gut genug. Wenn ihr in einer Schüssel gearbeitet habt, die gut gießt, kann man es natürlich da drin lassen. Wir gießen als nächstes den Teig bis knapp über die Hälfte in das Glas. Das funktioniert, wie gesagt, bei diesem Teig wirklich gut. Damit fällt man sehr selten auf die Nase, es sei denn, man füllt zu voll, dass er dann oben zu weit rausgeht. Und dann schieben wir die Gläser mit dem kalten Blech oder dem Rost in den Ofen und backen sie. Die Backzeit der kleineren Gläser ist tatsächlich so ziemlich exakt 20 Minuten. Die großen Gläser sind kurz darauf in 25 Minuten fertig. Man kann auch schon bei 15 Minuten eine Stäbchenprobe machen, je nach Ofen. Wie gesagt, bei mir sind 20 Minuten hauen immer ganz gut hin. Bis der Kuchen fertig ist, stellen wir uns alles zurecht, um den nächsten Schritt vorzubehalten. Das heißt, wir säubern die Deckel, wir legen die Gummis in heißes Wasser oder warmes Wasser. Also es muss so sein, dass man auch reinfassen kann, sollte aber jetzt nicht kalt sein. Warmes Wasser. Und legen uns die Klammern zurecht. Wenn wir möchten, dass diese Kuchen wirklich gut haltbar sind, ist es ganz wesentlich, dass sie nicht so viel Temperatur verlieren, bis der Deckel drauf ist auf dem Glas. Das heißt, wenn wir jetzt eine Stäbchenprobe gemacht haben und der kleine Kuchen ist gar, dann holen wir uns erst mal nur ein oder zwei Gläser raus. Wer sehr schnell ist, kann sich auch drei raus holen, denn sie haben jetzt eine Temperatur von 180 Grad und wir wollen möglichst viel Temperatur behalten. Wenn wir die Menge an Gläsern rausgeholt haben, legen wir den Deckel mit dem Gummi darauf und befestigen die Klammern. Wichtig ist natürlich, dass der Rand sauber ist. Bei mir war der Rand sauber, aber sollte er das nicht sein, immer ein schön warmes Tuch nehmen, also Tuch mit warmem Wasser, um den Rand abzuwischen und bitte vorsichtig, die Gläser sind sehr, sehr heiß. Hier sind übrigens nochmal die Kuchen, bevor sie zugemacht sind. Ich wollte da nochmal zeigen, was ich auch vorher schon gezeigt habe, wie schön dieser Kuchen aufgeht. Das heißt, wir haben hier wirklich eigentlich fast Geling-Garantie und er schmeckt wirklich lecker dazu noch. Dann noch ein kleiner Kommentar zu einer Frage, die immer wieder kommt, und zwar, wenn man Kuchen im Glas macht oder auch Brot im Glas, sammelt sich kurz nach dem Verschließen meistens am Deckel Kondenswasser. Das könnt ihr hier ganz gut sehen. Das ist überhaupt nicht schlimm, das verzieht sich mit der Zeit. Wenn man es ganz hässlich findet, kann man auch gerne mal das Glas hochnehmen und das so ein bisschen zur Seite schütteln, damit das dann unten im Kuchen verschwindet, aber es verschwindet auch so. Das ist überhaupt nicht schlimm, denn die Temperatur im Glas ist hoch genug, damit sich durch diese Feuchtigkeit keine Mikroorganismen vermehren können. Kommen wir zur Haltbarkeit. Ein eingekochter Kuchen laut weg muss jetzt nochmal für 30 Minuten bei 100 Grad eingekocht werden. Das ist dazu da, um diese Luft, die hier ist, noch einmal so zu erhitzen, dass hier definitiv keine Mikroorganismen mehr aktiv sein können, weil der Kuchen ist feucht und die Sachen, die da drin sind, die können einfach reagieren. Im Übrigen nur Schimmel. Normalerweise gibt es Schimmel oder es gibt eine Gärung, aber was anderes kann eigentlich nicht passieren. So, laut weg kocht man es nochmal ein. Ich muss gestehen, dass ich das selten tue, denn wenn man schnell arbeitet, habe ich mal so gut es ging nachgemessen. Nachgemessen, es ist tatsächlich so, wir haben hier über längere Zeit noch eine Temperatur weit über 80 Grad, wenn wir schnell arbeiten und nicht alles aus dem Ofen holen und es dazwischen abkühlt. Das heißt, bei mir halten sich diese Kuchen einfach so zugemacht. Genauso lange wie die, die nochmal nachpasteurisiert werden. Wenn man unsicher ist und man denkt, dass die Temperatur runtergegangen ist, sollte man sie nochmal für 30 Minuten bei 100 Grad einkochen. Und jetzt gucken wir mal, was draus geworden ist. Also erstmal, sowieso nimmt man bei der Aufbewahrung die Klemmen immer ab, weil daran kann man sehen, ob das Vakuum noch intakt ist. Ist natürlich schön intakt jetzt hier. Und öffnen des Glases, man zieht an der Lasche. Habt ihr gehört? Ja. Und das ist der Kuchen. Der sieht echt schön aus. Ich will jetzt mal gucken, ob er sich stürzen lässt. Ich löse dazu natürlich ein bisschen hier den Rand. Ah, bin ich stolz, das finde ich ja super. Also, das ist er jetzt, unser Kugelhupf. Das war also jetzt Kuchen im Glas für Anfänger und für jeden anderen natürlich auch. Das in diesem wunderbaren Weg-Kugelhupf-Glas, das es inzwischen, wie wir wissen, jetzt in drei Formen und nicht nur in zwei gibt und natürlich zu kaufen bei Gläser- und Flaschen.de, weil ich Werbung ja so sehr liebe. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Halt, 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 halt. Ne? Willst du Design-Extreft? Nicht daneben? Ne, unbedingt daneben. Okay. Ja, also, ganz bestimmt. Ich soll das machen? Sonst mache ich mir bloß lächeln, ich weiß nicht. So? Ja, super. Ihr auch? Okay. Der Link ist höher. Du kannst ja noch nachnehmen. So, pass auf. Jetzt gucken wir mal. Guck mal, so sieht er aus. Hast du gesehen? Ich? Ja, da, das ist das. Hier. Ich sehe es, aber ich denke, die Leute sollen es sehen. Ja, deswegen habe ich es ja so gemacht. Jetzt von oben gucken. So? Okay. So, dann. Ja, guten Appetit. Okay. Und? Sehr gut. Oh mein Gott. Alles Gute. Schön. Aus. Aus. So, ich bin gar nicht drauf. Hm? Jetzt bin ich wahrscheinlich gar nicht drauf. Du bist der einzige Star. Also, ich bin mir noch nicht sicher, dass ich das bringe. Was? Nö, das bringst du wahrscheinlich nicht. Okay. Okay. Du bist es. Okay. Vielen Dank.